Malong 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 Good angle There he is, Timo Ball Racer, as always in defeat A true sportsman He gave it his best shot He played some brilliant table tennis But Timo played amazing table tennis I mean, Timo was really trying his best there Und besonders in dieser letzten Spiel, der was wirklich Tabletterson in seinem besten Axel-Stroh-Kannik. Das ist 9-9, dann hat er zwei, dann hat er einen tiefen Backend von Timo, und folgt mit einem tiefen Ball mit einem sehr guten Backend von Zahnke, in Timo. Und ich würde gerne gerne sehen Timo spielen, also wir haben einen Platz zu sehen, der ist Timo, und er ist gut. Und genau das gelingt von Jekyll und Arbel, denn er weiß, er hat was ganz, ganz Großartiges geschafft. Denn es ist ja nicht nur ein Trinkot, der sich jetzt das Trinkot vom Körper, der Geist, weil er weiß, er hat eine volle Runde, Vertraue und glaube, es gibt noch eine große Hniejsopherschaft, der sich das Trinkot vom Körper sehen, aber nicht nur ein Etwas für den Körper, das Opfer vonischen, an einem Korrel und der mir geht um das Drinkot sino als Arbel, damit man nicht mehr reinigen, sein Arbel im Körper. großartige Leistung hat seine Leute, ich hab's gesagt, Riebenspieler ist der persönliche Trainer zugeteilt und das war Xiao Zhang, der hier den persönlichen Dank von seinem Schützling bekommt der Gold im Herren Einzel und das war so sehr, 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 sehr. Ja, 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 ja. 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 Ja, ja, ja.